so leute ich hab's noch mal geschafft bin aus dem garten dann doch noch mal den pc kommen ich habe schon gesehen als ich auf youtube unterwegs war das anscheinend jetzt ein neuer fortnight trailer teaser für season 7 draußen ist wir können uns gerne mal zusammen angucken ich habe die ganze zeit die lobby öffentlich hier tun einer rein raus keine ahnung wie manchmal vielleicht habt ihr keine anderen hobbys ne quatsch alles gut die sache ich könnte euch gern bei könnt ihr gern bei mir reinkommen und euch unterhalten aber wie immer verhaltet euch ruhig aber darum sollte jetzt gerade nicht gehen nämlich es geht um den teaser der ganze fängt quasi genau so an es ist eigentlich nichts besonderes das ist der teaser wie gesagt es ist nichts besonderes aber ich habe gesehen jeder wirklich jeder lädt diesen teaser hoch da frage ich mich echt was soll man da sehen wollen der teaser ist wiederholt weil der original teaser geht nämlich nur zehn sekunden oder fünf das ist einfach nur genau dieser ton warte mal wir gehen nun mal anfangen da achtung zeige ich genau wann der teaser anfängt jetzt und ende wieder derselbe teaser also er dauert wirklich ein paar sekunden wo ist das ein teaser das ist eigentlich nur werbung achtung die neue season beginnt dann und dann fertig hintergrund halt der außerirdischen strahl aber was sehen wir noch im hintergrund wenn ich es richtig sehe so links und also wenn wir hier mal links hingucken da sehen wir nämlich noch chinesische schriftzeichen deutet so ein bisschen auf großstadt hin müssen wir einfach mal abwarten hier ist ein rein und raus in der lobby wie gesagt das ganze ist wieder mal von cynics ihr wisst ja ich gucke da gerne nach er hat auch immer bei ihm würde ich sagen stimmt alles soweit so dann würde ich sagen das war die info nicht dass wieder heiß von dir kam aber nichts was das betrifft und in dem sinne wünsche ich euch erstmal einen schönen abend ich denke mal ich komme doch nicht live wenn doch dann guckt einfach auf dem kanal rum also ich kann nicht genau sagen ob ja oder nein ihr kennt mich ich war draußen frische luft hier wird es langsam dunkel ich schätze mal der regen wird gleich anfangen und in dem sinne wünsche ich euch auf jeden fall einen schönen abend und haut rein rein